Ja hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe der Monday Night Wars vom 27.11.1995 und am anderen Seite natürlich wie immer der Mischer. Guten Tag. Monday Nitro Founded in Salem, Virginia aus dem Silent Civic Center wurde live ausgestrahlt am 27.11. auf TNT, Manny Colton, Bobby DeRain Heenan, Eric Bischoff und Steve McMichael. Monday Night Raw, WWF Monday Night Raw Funded am 27.11. ausgestrahlt, getapet wurde es am 20.11. aus Richmond, Virginia aus dem Richmond Coliseum vor 4.500 Zuschauern auf den USA-Network ausgestrahlt, Manny Colton, Jerry Lawler und Vince McMahon. Ratingmäßig sieht es so aus, dass es bei Raw 2.3 gab und bei Nitro 2.3 bis 2.5. Also ratingmäßig war es entweder ein Unentschieden oder ein Sieg. Wie gesagt, gibt es halt verschiedene Quellen. Aber es fandet auch, Let's War gab es ja die Survival Studios. Die WCW hatte auch ihre Show gehabt und zwar einen Tag vorher und zwar WCW World War 3 1995 am 26.11.1995 aus Norfolk, Virginia in der Scope-Halle vor ca. 12.000 Zuschauern mit den Kommentaren Tony, Sherwood, Bobby DeRain Heenan, Eric Bischoff, Dusty Rhodes, Chris Cruz und Larry Zbysco. Pay-Per-Bear-Buy-Rate 0.43. Hogan, Sting, Savage Opening Promo gab es. Die standen bei den Kommentatoren. Da war so ein Topf auf dem Boden, wie so ein, ja, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall wie so ein Topf, sage ich mal, auf dem Boden, so eine Schale. Und da waren Flammen drin und Feuer und der fucking Topf wäre fast umgefallen und Sting ist komplett am Ausmarken und versucht, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen und Macho hat den größten Mantel aller Zeiten an mit so Fäden dran und so, was weiß ich was und der wäre fast in Flammen gestanden und Hogan gibt keinen Fuck und cuttet seine Promos und das sollte man sich ansehen, das war Comedy pur. Johnny B. Bad gegen DDP war der Opener um den TV-Title. Richtig gutes Match. Gute Chemie haben beide. Kimberleys Split von DDP zu Johnny B. Bad wurde hier weiter angeteast. Leider nie bei Nitro selber. Das ist das Einzige, was ich schade finde an der Fäde. Hast wir nie was bei Nitro sehen, aber die Fäde an sich gefällt mir richtig gut. DDP macht dann ein bisschen mit Kimberley rum und beleidigt sie vielleicht nicht, aber er tut sie halt so ein bisschen zurechtweisen, sag ich mal und dadurch verliert dann DDP gegen Johnny B. Bad und Johnny B. Bad geht dann mit Kimberley davon und die feiern dann ein bisschen. Ja, dadurch der Split ist geglückt. Big Baba Rogers gegen Jim Duggan in einem Taped Fist Match. Das war quasi ein Match, wo beide getapete Fäuste hatten und Last Man Standing Rules. Match war okay. VK Wall Street hat eingegriffen, hat Jim Duggan abgelenkt beim Finish. Big Baba Rogers hat ihm dann mit einer Stahlkette geschlagen und hat das Match gewonnen. Bull Nekano und Akira Hokuto gegen Mayumi Osaki und Kudi Suzuki. War geil angucken. Sehr gutes Spotfest. Kenzuka Sasaki gegen Chris Benoit Rematch von Nitro. Awesome. Hatten acht Minuten länger Zeit. War sehr gut. Hat mir gefallen. Kommentatoren hat das Match leider nicht so wirklich gejuckt. Da könnte man den auch gerade auf die Fresse hauen. Ansonsten war das sehr spaßig und sehr stiff. Lex Luger gegen Randy Savage. Savage stellt weiterhin seinen Arm. Jimmy Hart lenkt Randy Savage immer wieder ab. Und so wird dann Lex Luger quasi auch zum Sieg verholfen, sage ich mal. Weil der kann dadurch immer wieder Savages Arm attackieren. Und das Match wurde vom Ref beendet, weil Randy Savage nicht austappen wollte. Und ja, der Ref hatte dann das Match beendet. Luger hält Savage weiter im Armbar. Aber das Ding kommt raus, guckt Luger an. Und Luger wortlos löst er den Griff und geht. Das war awesome. Match of the Night. Ric Flair gegen Sting. Gewohnt starkes Sting gegen Flair Match. Hatte am meisten Heat am Abend. Hatte die besten Charaktere am Abend. Und hatte auch einfach einen geilen Storyaufbau mit einem absolut göttlichen Heal-Turn, den wir ja beim letzten Pay-Per-View hatten von Flair gegen Sting. Und das war einfach geil. Ja, Sting gewinnt per Scorpion, DevLog und gute vier Sterne. Vier ein Viertel vielleicht sogar. Dann gab es diese fucking Battle Royale. Man muss einfach die ersten zwei, drei Minuten der Battle Royale ansehen und dann weiß man, was für ein Clusterfuck das ist. Du hattest drei Kommentatoren-Teams, weil du drei Ringe hattest und du hattest drei verschiedene Kameraperspektiven auf einem Bildschirm. Du hattest quasi ein Triple-Split-Screen. Um es mal, ja, so drei Boxen auf dem Bildschirm. Heißt, es war das absolute Chaos. Du hast im Ring nichts gesehen, weil in jedem Ring zwanzig Leute waren. Du hattest drei Kameras. Du wusstest nie, wo du hingucken solltest. Du hattest drei Kommentatoren, wo du nichts verstanden hast. Ja, und nach der Hälfte des Matches hat man es dann geregelt gekriegt, weil dann waren halt einige Leute raus, sodass man halt alles in einen Ring gepackt hat. Und da gab es dann auch wieder nur eine Kamera und das war dann okay. Dann ist mir aufgefallen, dass ein fucking Ref im Ring steht, wo ich mir nur dachte, warum zur Hölle? Wofür ist ein Ref in der Battle Royale im Ring? Hogan eliminiert dann Ric Flair und Arn Anderson. Ric Flair magt eine Runde aus. Und die Final Six sind dann Lex Luger, Randy Savage, Sting, One-Man-Gang, Hulk Hogan und der Giant. Savage und Hogan haben sich den One-Man-Gang vorgenommen. Sting und Luger haben sich den Giant genommen. One-Man-Gang fliegt raus und Hogan wirft dann Sting, Luger und Giant raus, sodass dann Hogan und Savage die letzten beiden sind. Aber der Giant zieht Hogan unter dem Ringseil raus, was keiner sieht. Nur auf einmal dreht sich halt Savage um und der Ref dreht sich um im Ring und der sieht dann halt, dass Hogan draußen ist und läutet das Match ab, weil er denkt, dass Hogan eliminiert wurde und Hogan protestiert und wird ausgebucht. Und Savage ist neuer Welt-Champion, weil 1995 noch keine Instant-Replays existiert haben. Fantastisch. Fantastisch. Und es wird halt damit geteased, dass Schaltet bei Nitro ein, denn Hogan wird die Beweise liefern, dass er nie eliminiert wurde und ja, Schaltet ein. Was ich interessant finde, ist vor allem, dass bei Raw immer wieder die Replays gezeigt hat. Also ich hab das Ende ja gesehen. Also ich hab das ganze Match gesehen, mich hat das nur das Ende interessiert, weil das relativ kontrovers war. Da wollte ich nur kurz im Bilde sein, hab ich nur gedacht, okay, die können da keine Zeitlupe zeigen in dem Sinne. Fand ich mal interessant, dass man's da versucht hat zu verkaufen, man konnte keine Zeitlupe zeigen. Ja, das war dumm. Das war sehr, sehr dämlich, fand ich persönlich. Ja. Dann gab's, ja, Nitro. Johnny B. Bat gegen, äh, DDP. Äh, wie fandst du die Show insgesamt? Ähm, ich würd sagen gut. Der Main Event war halt ein Clusterfuck. Sting gegen Flair war geil. Sasaki gegen Benoit war gut. Das Women's Tag Match war vielleicht sogar mit Flair gegen Sting, Match of the Night. Bat gegen DDP war sehr gut. Also, es war besser wie die Survivor Series. Ich würd wahrscheinlich so sieben, vielleicht siebeneinhalb von zehn geben. Also, auf jeden Fall ne Show, die man sich angucken kann. Okay. Wie gesagt, Nitro. Johnny B. Bat gegen DDP im Pay-Per-View-Rematch. Johnny B. Bat hat dann, äh, ja, der hat neben Dallas seinem Title nun auch seine Frau bei sich. Und DDP kommt natürlich dann mit Rosen zum Ring und er ist total durch den Wind und er will Kimberley natürlich zurückhaben. Und sie nimmt auch die Rosen an sich und Johnny B. Bat wird dann direkt gekillt von DDP, der den Hintergrund angreift. Und, äh, ja, Kimberley, das war dann shitty, weil Kimberley stand halt außerhalb des Rings und hat sich die Rosen angeguckt und war total verzaubert. Und die Kamera hat halt quasi sie im Vordergrund gehabt und das Match im Hintergrund, was kacke ist. Weil es ging um den Television-Teil und es wurde so positioniert und so dargestellt, als würde es nur um die Alte gehen. Ähm, deshalb, das hat mir nicht so gut gefallen. Und sie hat dann auf jeden Fall in den Rosen ne Stahlkette gefunden, die dann Paige von ihr haben wollte. Die er platziert hat, weil er dachte, okay, ich hab da meine Frau stehen, wenn sie die findet und ich will sie, dann gibt sie mir sie. Ich schlag dem dann auf die Fresse und gewinn das Match. Jedoch hat sie dann die Stahlkette unter seinen Beinen durchgeworfen und Johnny B. Bat hat sie sich dann geschnappt, hat damit DDP geschlagen und hat dann selber das Match damit gewonnen, ja. Die Story finde ich ziemlich gut, weil sie halt schon, leider nicht bei Nitro, aber allgemein über mehrere Pay-Per-Views schon angebahnt hat, dass der Term passiert und dann ist er passiert und das Finish war dann auf den ersten Blick klar, dass sie zu Johnny B. Bat hält. Aber nach dem Finish war sie dann so ein bisschen, so von wegen, ja, du hast gewonnen, ha, 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 das war ja komplett mein Plan, dass du die Stahlkette kriegst, ha, ha, ha. Und die Kommendatoren haben dann halt auch gesagt, hm, war das so geplant oder wolltest du die Kette wirklich Paige zuwerfen? Und das ist ganz interessant gewesen, das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn Kimberley im Vordergrund bei so einem guten, oder was heißt bei so einem guten Match, aber bei so einer Paarung um den Title, fand ich ein bisschen doof, aber sie ist halt einfach die Story in der Fede, um es mal so zu sagen, also von daher war es okay im Endeffekt. Ja, ich sag mal, was man dazu sagen kann, ist, dass man eventuell versuchen sollte, wenn was im Vordergrund stehen soll, sollte wirklich dieser Titel im Vordergrund stehen, weil es wie gesagt der WCW World Television Title ist, der schon ein bisschen bedeutsamer sein soll, und, ja, dass dann nur eine Frau im Vordergrund steht und der Wichtiger ist, also der Titel ist nie so gut, Story Mass war es okay, ist natürlich die Frage, war es von Kimberley oder Diamond Doll so gewollt, ist natürlich die Frage, aber, ja, sie hat es versucht so zu verkaufen, dass es so geplant war. Ich mag die Storyline, gefällt mir gut. Ja, besser als die heutigen Storylines teilweise. Ja, dann hatten wir Kevin Sullivan und Jimmy Hart bei Mean Gene. Kevin Sullivan stellt Jimmy Hart zur Rede, was zur Hölle mit Luger abgegangen ist beim Pay-Per-View, warum er nicht den Job beendet hat mit Savage und ihn gekillt hat, sondern warum er mit Sting gegangen ist dann, und Jimmy Hart sagt dann, ah, ich hab dich noch nie belogen und Kevin Sullivan und ich war dein erster Manager und vertrau mir und blablabla und Sullivan ist pisst und geht weg. Zweite Pay-Per-View, ja. Nice, wollte ich nur sagen, wer nicht. Nice. Zweite Pay-Per-View-Rematch. Kyudi Suzuki und Mayumi Osaki gegen Bull Nakano und Akira Hokuto. War nicht so gut wie beim Pay-Per-View. Also ich möchte es hier nochmal unterstreichen, schaut euch das Pay-Per-View-Match an. Das war awesome. War nicht ganz so gut, war auch halb so lang nur, aber es war halt ähnlich wie beim Pay-Per-View. Es war halt geil. Es war extrem cool. War halt ein Move-Fest und es gab keine klare Matchformel oder so irgendwas. Es war halt einfach ein Back-and-forth-Move-Austausch und es war einfach sehr gut. Und Nakano war klarer MVP, ist auch am meisten herausgestochen, weil du hattest halt quasi drei High-Flyer und Bull Nakano, die halt einfach alles zerlegt hat und es war awesome. Und deshalb war sie auch die Overste und Hokuto hat dann für das Heal-Team per Fisherman's Brain Buster sich den Sieg geholt. Ja, was ich nochmal erwähnen wollte, also da hast du gesagt, das Pay-Per-Match war besser. Melzer hat dem Match vier Sterne gegeben, also dem Pay-Per-Match. Das war, glaube ich, sogar das bestbewertete Match beim Pay-Per-View. Sogar besser wie Flair gegen Sting, da würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Da war es drei Dreiviertel, hat er Melzer gegeben. Aber, ja, ich meine, rein Moves-technisch und von den Aktionen her, so war das natürlich am besten, aber so Story- und Heat-technisch war natürlich Flair gegen Sting klar besser. Johnny Verbat gegen Paige hat dreieinhalb gekriegt und Kanzuke Sasaki gegen Chris Benoit war dreieinviertel. Guckst du auf Cage-Match gerade? Ja. Dann gehe ich mal interessehalber schnell nebenbei in den Observer rein, weil ich mich verdammt interessiert, was die Battle Royale für ein Rating gekriegt hat. Das würde mich auch interessieren, weil das sieht man eher nicht. Was war das für ein Datum? Das war irgendwie Ende November oder so? 26. November. 26. November. Da ist er. Nein, das ist Triple A. Ja, ich habe nur durchgesrollen am Star-Rating. Ah ja, hier, ein Stern, okay. Damit kann ich leben. Was hat Lex Luger gegen Randy Savage gekriegt? Ein Viertel. Und noch zu vervollständigen, Rodgers gegen Jim Duggan? Einen halben Stern. Ja. Haben wir das vervollständigt. Genau. Hugh Morris gegen Hulk Hogan. Hugh Morris mit seinem ersten Auftritt bei Nitro ist Bill de Mott für diejenigen, denen Hugh Morris nichts sagt. Und wie debütiert man am besten jemanden, der jetzt im Dungeon of Doom ist, im größten Heels Table der Company? Er droppt in drei Minuten für Hulk Hogan und Hulk Hogan no-sellt sein Finishing Move den Moonzolt. Fantastisch. Ich meine, es ist Hulk Hogan. Es ist verkraftbar. Aber es macht trotzdem, sage ich mal, keinen Sinn. Ich meine, Hugh Morris ist jetzt nicht Luger oder was weiß ich wer, der jetzt reinkommt, der ein Star wird, der World Champion wird, keine Ahnung. Aber mal rein sinnvoll gesehen ist es halt schon dumm, jemand zu debütieren im Heels Table und der ist dann halt direkt ein weiterer Geek, der absolut keine Gegenwehr leisten kann. Ja, der gute alte Bill de Mott. Übrigens, sein Gimmick Hugh Morris ist ein Wortspiel zum englischen Wort Morris. Ja, ist ehemaliger Head Coach von NXT gewesen. trat 2015 im März zurück, nachdem man ihn kritisiert hat, weil er anscheinend mit Development Wrestlern nicht so gut umgegangen ist. So viel dazu und ja. Er hat im Jahre 2000 noch ein bisschen Erfolg gehabt in der WCW, nicht als Hugh Morris, sondern als General Raction. Das wird eine gute Zeit. WCW 2000 übrigens. Major Guns kommt auch noch. Ja, also da kommt noch sehr viel dazu. Das wird geil. Das wird fantastisch mit Miss Hancock und Major Guns und General Raction. Das wird awesome. Freue ich mich jetzt schon drauf. Mit den ganzen Peniswitzen im Namen und ach, geil. Ja, können wir uns in vier, fünf Jahren freuen. Der neue WCW Champion Randy Savage ist bei Mean Gene. Und Savage ist natürlich hype as fuck, aber Mean Gene sagt trotzdem, Titelgewinn hat schon ein bisschen eine Kontroverse gehabt. Und Macho will es jetzt aus dem Weg schaffen und deshalb kommt Hogan raus. Und Hogan will dann den Clip zeigen von World War 3, wie halt er nicht eliminiert wurde. Und man sieht, wie er halt Luger und Sting und Giant eliminiert. Und dann gibt es technische Störungen, sodass man nicht sieht, wie Hogan unter dem Ringseil durchgezogen wurde. Also Hogan ist pisst und Savage hat wohl dahinter gesteckt, hinter den technischen Störungen, weil er das so ein bisschen runtergespielt hat und gesagt hat, oh mein Gott, ich habe nichts gesehen. Und oh mein Gott, du hast keinen Beweis und ich bin immer noch World Champion. Und ja. Dann kam der Giant zum Ring gestürmt, hat Savage gechokeslammt auf den Hallenboden. Und der hat sich dann Hogan vornehmen wollen, aber Sting hat den safe gemacht. Und Hogan hat dann den Giant per Stuhl ein bisschen gekillt. Und das war eine ganz interessante Note am Ende, denn der Giant ist abgehauen und Hogan feiert. Und Sting hat dann nach Randy Savage geguckt, wie es ihm so geht, der gerade gechokeslammt wurde. Also Hogan so das Arschloch quasi, was keinen Fuck gab, was einfach gefeiert hat, dass er hier den Giant gekillt hat. Und Sting, der halt wirklich das wahre Babyface noch ist in der Company, der hat sich dann halt nach Savage erkundigt. Das fand ich ganz interessant. Interessanter Fuck kann man auf jeden Fall sagen, dass man hier vielleicht, ja gut, Hogan als Ziel anteast. Ja, ich meine, letzte Woche, das Match gegen Sting war ja auch heel geworkt. Und die Reaktion von dem Babyface kriegt er ja auch nicht unbedingt. Nee, man muss ja so viel sagen, dass Hogan nicht wirklich richtiger als Babyface abgefeiert wird. Wie gesagt, wir haben es schon in der Ausgabe schon besprochen, dass es schon mal diese Hogan-Sucks-Rufe gab. Und ja, es geht so weiter mit Hogan. Also Hogan ist nicht so over, wie es beispielsweise in der WWF war. Ja, das definitiv. Oder auch zur Anfangszeit der WCW, muss man auch sagen. Also nicht vor Nitro, sondern wirklich als er 94 gekommen ist. Auch Nitro, also wenn du jetzt mal Nitro 1 oder 2 vergleichst, wo er da war mit der jetzt, da ist er schon weniger over. Weil halt einfach, ja gut, worum ja auch immer es liegt. Ich meine, die Dungeon-Storyline war nicht besonders geil. Ich persönlich kann halt auch mehr mit den Charakteren Sting oder Flair anfangen, weshalb die ihn vielleicht auch überschattet haben oder so. Vielleicht liegt es daran, dass Hogan einfach schon 10 Jahre dabei ist und derselbe Charakter ist und er einfach langweilig wird. Also kann viele Gründe haben. Kann auch vielleicht ein Grund sein, dass wir ihn halt jede Woche sehen. Ja, weitestgehend, ja. Was auch vielleicht was ausmacht, weil ich sag mal, bei der WWF war es ja noch eine andere Situation, wo er noch am Start war. Wo es ja wirklich, sag mal, nicht jede Woche ihn mal gesehen hat. Richtig, aber Sting ist halt immer noch so, oder alle, aber das gilt eigentlich nur für Hogan, weil die anderen sind eigentlich gleich over, auch wenn wir die auch jede Woche sehen. Ja, aber vielleicht bei Hogan auch, dass wir vielleicht von dem übersetzt werden, weil wir halt schon ihn seit Jahren präsent sehen. Also Sting ist jetzt nicht seit 10 Jahren so präsent wie Hogan. Ja, okay, das ist korrekt. Da kann man so viel sagen. Deswegen würde ich schon sagen, dass vielleicht so, dadurch, dass man ihn so lange sieht und er immer der gleiche war, das ist ja auch unter anderem auch ein Punkt, warum wir auch einen John Cena auch kritisiert haben. Weil wir 10 Jahre lang oder 15 Jahre lang das gleiche von ihm sehen. Oder auch bei Roman Reigns jetzt mittlerweile auch so in die Richtung geht. Und ja, das sind so vielleicht die ganzen Gründe, dass man Hogan so lange, so oft sieht. Und ich würde auch sagen, selbst wenn er bei der WWE wäre und jede Woche bei Raw wäre, heißt das auch nicht, dass es so gut wird, wie jetzt, dass er da jetzt besser gewesen wäre oder so. Also es ist einfach, weil der Charakter halt relativ gleich geblieben ist und da bisher auch, ich glaube auch Hogan ist auch so einer, weil er diesen Change erstmal nicht wollte. Den Heal-Turn. Ja, genau, den Heal-Turn. Ja, genau, ja. Also es war ja so, dass Hogan lange den Heal-Turn nicht wollte. Das werden wir auch irgendwann auch ansprechen bezüglich Bash at the Beach. Das hatten wir ja auch bei den Monday Night Wars bezüglich WWE Network Special. Da habe ich mir die Ausgabe nochmal angeguckt vor kurzem und habe mir nochmal geguckt, wie das mit dem Heal-Turn zustande kam. Und da wurde erzählt, dass Hogan es erstmal nicht wollte und irgendwann, weil er auch gemerkt hat, dass es wahrscheinlich besser wird. Man hat auch hier gezeigt, wie auch Hogan auch ausgebucht wurde, auch Hogan-Sax-Rufe kamen und alles und man letztendlich ihn dazu gebracht hat, dass er letztendlich diesen Heal-Turn durchgezogen wird. Und im Nachhinein hat er auch gesagt, dass es eine gute Idee war. Ja, war wahrscheinlich sogar sein erfolgreichstes Jahr oder Jahre, auch wenn er vorher in der WWF auch nicht schlecht verdient hat, wahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, wie es da alles laufen wird mit der WCW und wie da hoch und tief, was da so die Gründe sein wird, was wir da denken, was da so, ich sag mal, hochgebracht wird oder was da so tief in der WCW gehen wird, das werden wir alles besprechen und dann auch genauere Informationen an David, dass wir halt dann Woche für Woche die Shows verfolgen. Dauert ja auch nicht mehr mega lang, bis dann die Outsiders kommen. Das stimmt, bald kommen sie ja. Brian Pillman und Arn Anderson gegen Sting und Lex Luger im Main Event der Show. Match ging ungefähr 10 Sekunden, bevor dann Arn Anderson den Spinebuster durchkriegt und das war schon interessant. Match war awesome. Ja, Arn Anderson und Brian Pillman waren halt wirklich Heals in dem Match und haben sich den Arsch abgestellt für die zwei absolut Monster Main Event Babyfam. Ja, gut, Luger Babyface, äh, gut. Bin er mit Sting Tag Team ist, dann ist er ein Babyface. Also generell mit Sting ist er eigentlich ein Face gewesen. Genau. Und zwar eigentlich ein Heal. Genau. Ist eigentlich, muss ich auch nochmal sagen an dieser Stelle, ich sag's glaube ich jedes Mal, aber das ist einfach die geilste und interessanteste Storyline mit Sting und Luger, was bei denen abgeht. Und auch allgemein halt bei WCW, die Storyline gefallen mir richtig gut. Also Johnny B. Bad und, äh, DDP gefällt mir gut, Flair und Sting ist geil, Sting und Luger in der Paarung ist geil, Hogan und Savage und Sting und Luger und alles zusammen ist ne ganz coole Sache und das gefällt mir schon richtig gut. Ja, stimme ich zu. Äh, wie gesagt, die, die Sands sich halt den Arsch ab für die Heals, äh, für die, für die Babyfaces und, äh, Sting siegt nach fünf Minuten per Roll-Up. Und direkt als der Gong ertönt ist, ist Flair zum Ring gestürmt. Die drei Horsemen killen dann Luger und Sting, ähm, Rick schlägt auch den Ref-KO und dann kommt halt Hogan zum Safe raus und das war dann auch wieder sehr interessant, Story bedingt, denn, ähm, die, die Horsemen, äh, gehen, also die wurden vertrieben und Hogan will dann auf Luger losgehen und will Luger aufs Maul hauen, aber Sting hält ihn dann zurück. Und die Show endet dann mit Sting und Hogan, die dann diskutieren, während er im Hintergrund Luger geht. So von wegen, ja, okay, Hogan will mich nicht da haben, ich geh halt. Und Sting denkt halt nur, du Fucker, warum hast du meinen Freund schlagen wollen? Ist die Frage, auf welcher Seite ist Sting am Ende, in dem Sinne? Richtig. Und es wird, ich, ich, also, wir, wir gucken schon ne Weile Wrestling, wir wissen wahrscheinlich alle, worauf's hinausläuft. Ja. Auf nen, auf nen Luger Heel Turn, aber da freu ich mich schon drauf, wie, wie awesome das wird, weil es wird so lang aufgebaut, auf welcher Seite ist Sting und er bekennt sich immer wieder zu Luger, er nimmt ihn Woche für Woche in Schutz. Und dieser Turn, der wird, der wird so gut tun dann, wenn er passiert, wenn dann Sting, zumindest für einen Tag des dummes Babyface ist, der gescrewt wurde und wenn er dann auf Rache aus ist wieder und es wird awesome. Ja, da können wir uns auf jeden Fall freuen. Also, wie gesagt, wir werden noch so viele Sachen sehen in dieser Zeit, die wir vielleicht auch noch nicht mal kennen. Also, klar, diese Storyline, ich sag mal, die gibt's jetzt schon hundertfach. Wir gucken ja schon seit über ein Jahrzehnt schon Wrestling und da wissen wir natürlich auch, was da passieren wird in dem Sinne. Und bin immer gespannt, was da passieren wird und man muss schon sagen, es ist schon sehr interessant, was da so Storyline-mäßig ist und wie gut auch WCW auch so ziemlich ist. Also, was da so für Sachen gemacht wurde oder dass man gerade in dieser Anfangszeit einiges richtig macht. Und das ist der Ort, wo die Big Boys spielen. Und Dean Douglas hat gesagt, dass du nicht lesen und schreiben kannst. Und Dean Douglas hat gesagt, dass du nie in der Schule warst und bla bla bla. Und Ahmet ist dann halt pisst und sagt dann, joa, Dean Douglas sollst du mir ins Gesicht sagen. Und Douglas kam dann raus und Ahmet wollte dann fighten, aber die Refs kamen dann raus und haben Dean Douglas zurückgehalten. Ja, Ahmet Johnson. Ja. Was soll man zu dem Typen sagen? Also, es soll ja in der nächsten In Your House ein Match gegen Dean Douglas geben. Ja, auch Dean Douglas, wie gesagt, Shane Douglas war gut, Dean Douglas, naja. Shawn Michaels Hype Video. Man hat es hier aufgespielt, als wäre er gestorben. Also wirklich, nett übertrieben gesagt oder so, aber man hat es wirklich so aufgespielt. Asia Kong und Tomoko Watanabe gegen Alandra Blaze und Kyoko Inui. Das war auch wieder so ein awesome Japanese-Women-Style-Tech-Match, wie schon bei Nitro. Das war so eine richtige Perle unter den shitty Squash-Matches bei Raw. Auch allgemein, die Women's Division, man hört heutzutage halt immer so Women's Revolution und heute ist das Women's Wrestling so gut wie noch nie. Aber auch hier 95 gefällt mir ziemlich gut. Ja, wir hatten bei Raw vor drei Wochen oder so, Burfer Faye gegen Alandra Blaze, was ich ziemlich gefeiert habe. Und jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, die ganzen Asiaten, die hier waren und die Women's-Matches hatten, die waren auch alle sehr gut. Und hier halt wieder das nächste. Und Watanabe mit einigen Springboards und Asia Kong, die halt einfach ein Badass ist und keinen Fuck gibt und alle zurecht stifft. Und die war ja auch bei Double or Nothing übrigens vor, letzte Woche, vor sechs Tagen. Ähm, Alandra Blaze mit einer, mit fucking Lucha-Armbars und Flair-Flops übers Top-Rope und Inui rennt dann einmal das Seil hoch und holt Watanabe per Belly-to-Belly vom Top-Rope runter, was nicht mal die Männer damals gezeigt haben. Und, äh, ja, beim Finish will Liam Watanabe eine Powerbomb gegen Asia zeigen, aber die gibt kein Fuck, weil es halt Asia Kong ist und gibt dir eine Back-Fist und ein Back-Suplex und Pinsy. Ja, ich wollte das schon bei World War 3, man will es ja auch bei der Survivor Series sagen, ähm, aber ich muss schon sagen, eine der Überraschungen wirklich bei dieser Monday Night Wars ist wirklich die Women's Division. Also, äh, wir haben ja schon angesprochen, dass manche Restaurants gefallen oder wir auch Sachen sehen werden, die uns positiv als auch negativ überraschen werden und ich fand die Women's Division, überraschend gut. Ich hatte immer im Kopf gehabt, ah, die Women's Division 1995, da war ja vielleicht nicht mal Doosa in Ordnung oder Alenor Blaise halt, aber da war ja nur Scheiße dabei und da haben wir dieses eine Women's Match, was sogar im Main Event war, was gut war, ähm, und dann natürlich hier das Match, was, äh, ziemlich gut war. Also, die Women's Division, wie gesagt, sehr überraschend gut, hätte ich nicht gedacht und finde ich natürlich super und, ähm, ja, man kann auf jeden Fall sagen, 1995 die Women's Division, zumindest was ich gesehen habe, bisher war ziemlich gut und hat mir gefallen und, ähm, kann ich da in dem Sinne einen Daumen hoch geben, kann ich so viel sagen. Also, das ist wirklich schon cool, wie die Women's Division damals war und, äh, für diejenigen, die wundern, warum wir sagen, vor sechs waren Double or Nothing, wir nehmen gerade am 31. Mai, äh, die Money Night Wars auf, nur so als Information. Und dann ging's natürlich Shitty wieder weiter, Brother Love, In-Ring-Promo, ich dachte mir nur, why? Also, das ist wirklich so ein Charakter, den brauch ich gar nicht. Und, ähm, er wird's noch ein paar Mal haben, sein komisches Brother Love-Segment halt und sein Gimmick ist halt, dass er übertrieben redet und, äh, immer wieder Fragen an seinen Gast stellt, aber halt immer wieder das Mikrofon wegzieht und ihn halt überlabert, sodass der halt nie zu Wort kommt. Und, 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 und Und dieses ganze Segment, wie ich es gerade gerecapt habe, ist passiert, während von Brother Love seine shitty Pornomusik gelaufen ist, wo du dir nur dachtest, what the fuck. Also das war ein Desaster. Bret Hart war awesome. Aber das war auch das Einzige. Bret Hart war awesome. Traurigerweise, auch wenn ich hier so gerade lache, muss ich leider zustimmen. Also Brother Love, wie gesagt, kenne ich natürlich auch, gerade weil er, wie er schon erwähnt hat, einen gewissen Mann debütiert hat. Und ich glaube, Brother Love hat, glaube ich, die beste Entscheidung in seiner kompletten Karriere getroffen. Und zwar, dass Paul Barra der Manager vom Taker wurde und nicht er. Oh ja. Also, oh yeah, kann man so viel sagen. Also Paul Barra, Steve ist ein Kerl. Immer wieder, wenn ich seine Promos sehe, da finde ich es super. Aber wir werden ja noch genug von ihm sehen, auch in den nächsten Jahren. Kann man so viel sagen. Und, äh, ja, Brother Love, ich habe mir nur gedacht, als ich den gesehen habe, ich dachte nur so, und gerade auch in den nächsten Wochen sehen wir ihn wieder. Ich denke nur, so einen Charakter, den ich überhaupt nicht gebrauche. Und dann diese Musik, seine Stimme, sein Gesicht, sein Aus-, also sein ganzes Gimmick und so weiter. Boah. Habe ich so das Kotzen gekriegt. Aber ich habe gedacht, oh Mann, ey. Lass mich mit diesem Scheiß-Gimmick in Ruhe. Und, äh, ja. Brad Hart war das Einzige, was gut war. Bob Becklin, denke ich mir nur so, muss das sein. Aber, naja. Das war scheiße. Brad Hart war das Beste. Triple H gegen John Crystal. Es gab einen Einspieler von Henry Godwin davor, wo er auf seiner Schweinefarm war und die Schweine gezeigt hat und Triple H, du wirst die Schweine bald kennenlernen, wenn wir unser Hawkpin-Match haben und bla bla bla. Und Hunter hat nach zwei Minuten per Pedigree gewonnen. Who gives a fuck. Es interessiert keinen. Das Gute war, dass Hunter H. Samson das Match gewinnt hat. Das war's. Owen Hart und Jim Cornett haben einen kleinen Einspieler. War promotechnisch so mit Abstand das Geilste an der Show bis dahin und es ging knapp 30 Sekunden. Owen Hart hat gesagt, dass es relativ spaßig war, schon Michael ins Krankenhaus zu schicken. Und dasselbe wird er bei In Your House auch machen. Denn da hat er eine Open Challenge quasi ausgestellt. Ted DiBiassi kommt mit Karma Mustafa zum Ring. Oder mit Karma, wie er damals glaube ich nur hieß. Und Karma hatte Krücken dabei und war verletzt angeblich und konnte nicht wrestlen. Und der sollte eigentlich gegen den Taker antreten. Und DiBiassi hat gesagt, ja scheiße, ist verletzt, aber ich habe jemand anderes bezahlt, der gegen den Taker antreten wird. Und das ist Mo. Und die hatten dann halt ein Match, was scheiße war. Mo hat sich dann, oder Taker hat erstmal Mo eine Runde gekillt. Wollte sich dann DiBiassi schnappen, aber auf einmal ging es Karma wieder gut, sodass der dann den Taker attackiert hat. Und Mo dominiert dann für knapp 50 Sekunden, bis dann der Taker mit einer Flying Clothesline zurückkommt. Dann zerlegt er DiBiassi, zerlegt Karma, gibt im Ring Mo einen Chokeslam und besiegt ihn. Das war das einzig Gute an dem Match, dass der Taker alle gekillt hat und gewonnen hat. Und nach dem Match hat sich eine Mabel zum Ring begeben. Und es gibt ein Staredown zwischen ihm und dem Taker. Und dann war auf einmal Mo's Goldkette noch am Ring. Und dann wurde irgendwie gesagt, das habe ich nicht gerallt, weil die Kommentatoren haben gesagt, das ist die Urne des Undertakers. Also keine Ahnung, ob sie die Urne eingeschmolzen haben und eine Goldkette draus gemacht haben oder so eine Scheiße, keine Ahnung. Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Und Yokozuna kam dann auf einmal in den Ring und der andere Taker hat sich dann die Goldkette geschnappt und die Kommentatoren sind ausgemarkt, dass er seine Urne wieder zurück hat. Und die Goldkette gibt er dann Paul Barra und Mabel nimmt ihm die Goldkette dann wieder ab. Und der Taker ist pisst und verfolgt Mabel im Backstage-Bereich. Das war scheiße. Also, es würde ja wahrscheinlich in drei Wochen Paul Barra mit Goldkette rauskommen, weil es dann die neue Urne ist. What the fuck? Paul Barra mit Goldkette. Das hat gesuckt. Ich glaube, das Beste war, dass der Taker gewonnen hat. Ja. Das war, glaube ich, das Beste an dem Match. Also Sir Mo, habe ich mal gerade durchgelesen, was für ein Charakter es ist, weil ich noch nie von ihm was gehört habe. Er ist einer, der seit 2006, was mal interessanter, als Trucker arbeitet. Ja, so viel zu ihm eigentlich. Und ja. Taker hat gewonnen, das war das Highlight. Und der Rest war shit. Ja. So viel, ja, eigentlich auch zu Raw. Äh, ja. Ich denke, über die Punktevergabe brauchen wir so schnell unterhalten. Weil Raw war einfach dünnschiss und Nitro war awesome und deshalb ganz klar Nitro. Ja, ich sag mal, der Unterschied, wenn wir knapp 25 Minuten lang oder mehr über Nitro, beziehungsweise, gut, wir haben 8 Minuten über World War 3 unterhalten, aber dafür haben wir über eine Viertelstunde über Nitro geredet und ist eigentlich hochgelobt. Und dann reden wir über Raw, was nicht so positiv gelaufen ist. Äh, ja, da brauchen wir wirklich nicht zu diskutieren, dass wir da hier beide, äh, Nitro den Punkt geben. Nitro holt sich wieder hier den Punkt, nachdem letzte Woche, ja, ganz klar Raw gewonnen hat, hat hier eindeutig Nitro bekommen. Nitro war nicht eine gute Ausgabe. World War 3 war, so wie du gesagt hast, in Ordnung. Und, äh, Raw war schlecht, muss man da so sagen. Also, aber es wird ja noch ein paar schlechtere Ausgaben geben, kann man so viel sagen. Also, wir müssen noch die nächsten Wochen weitermachen. Aber man muss sagen, Rating-mäßig, äh, steht Raw immer noch ganz gut da. Noch. Nee. Muss man so viel sagen. Also, es wird vielleicht noch schlechter, beziehungsweise, wir werden ja sehen, wie gut die WCW in Sachen Ratings ist. Aber, dazu kommen wir in den nächsten Wochen, beziehungsweise Monaten. Jo. Gut, willst du nur was abschließen, noch was loswerden? Ähm, nee. Jo, dann schreibt natürlich auch immer in den Kommentaren, wie würdet ihr den Punkt geben, wie fand ihr die Ausgaben, wenn ihr die gesehen habt. Ich hab's gerne in den Kommentaren, wie gesagt, wenn ihr Ausgaben von Nitro und bei Raw sehen wollt, könnt ihr euch das auf dem WWE Network reinziehen, da könnt ihr euch jetzt nämlich alle Ausgaben, also alle Nitro-Ausgaben könnt ihr euch anschauen, beziehungsweise auch alle Raw-Ausgaben könnt ihr euch anschauen, außer die letzten vier, fünf Wochen von den aktuellen Ausgaben, könnt ihr euch da auch alles angucken. Also, wenn ihr euch fragt, wo können wir Raw und Nitro sehen, auf dem WWE Network, kann man so viel sagen. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020